19. Mai 1963 Das geschah in aller Frühe vor dem Altar. Nach dem langen Gespräch folgte eine kurze Pause. In der Stille ließ dann die heiligste Jungfrau ihre Stimme hören, so dass sie das letzte Wort des Herrn mit dem Ehigen verbannt und sprach. Meine kleine Tochter, zu den Frühaufstehenden gehörst auch du, auf die ich im Dunkel deiner Seelennacht meine Liebesflamme erstrahlen ließ und mit ihrer milden, strahlenden Wärme die neue Kraft verlieh. Es gibt viele solchen Seelen, auf die ich den belebenden Strahl meines mütterlichen Herzens, dass Gnadenwirken meine Liebesflamme senke. Weißt, die Erde ähnelt jetzt der Natur vor einem Sturm. Sie ist auch mit einem ausbrechenden Vulkan zu vergleichen, dessen Aufsteigen der höllische Rauch mit seiner herabfallenden Asche wirkt, tötet und blendet und bei dessen Erdbeben sich alles um ihn in Ruinen verwandelt. Das ist jetzt die schreckliche Lage der Erde. Der Krater des Hasses kocht. Seine tötende, schwefelhaltige Asche will die zum Ebenbild Gottes erschaffenen menschlichen Seelen zum Erschauern, zum Erblassen bringen. Ich, der schöne Strahl des Morgenruts, verblende Satan. Die Menschheit werde ich von der sündigen Lava des Hasses befreien. Kein einziger Sterbender darf verdammt werden. Meine Liebesflamme ist im Begriff zu zünden. Weißt du, meine kleine Tochter, die auserwählten Seelen werden den Fürsten der Finsternis bekämpfen müssen. Das ist ein fürchterlicher Sturm. Nein, kein Sturm, sondern ein Orkan, der alles verwüstet. Er will sogar den Glauben und das Vertrauen der Auserwählten vernichten. Aber in dem sich jetzt anschickenden Sturm werdet ihr das aufblitzernde Licht meine Liebesflamme wahrnehmen. Durch das Ausströmen ihres Gnadenwirkens werde ich die dunkle Nacht eure Seelen erhellen. Du verstehst nicht wahr, was ich jetzt gesagt habe. Meine Liebesflamme sucht mit dem heiligen Josef auf den Straßen Bethlehems Herberge. Wir flüchten vor dem Hass des Herodes. Weißt du, wer die Verfolger sein werden? Die Feiglinge, die um ihre Bequemlichkeit fürchten. Die Warnenden, die Trägen, die alles Besserwissenden, die unter der Maske der Klugheit sich dannenden. Ja, diese stoßen gegen meine Liebesflamme vor, wie einst Herodes gegen den Leib des unschuldigen Jesuskindes. Aber wie damals der himmlische Vater das Jesuskind in seinen Schutz nahm, so beschützt er jetzt meine Liebesflamme. Der himmlische Vater wird für sie Sorge tragen. Diese Worte der Allerheiligsten, die Allerseligsten, Jungfrau, waren so erschütternd, wie ich sie noch niemals gehört habe. Ich hatte dabei das Empfinden, dass sie die Königin, die mächtige Fürsten, die mächtige Fürstin der Welt ist, vor der die Menschheit reumütig in die Knie sinken wird. Nach kurzer Stille vernahm ich sie wieder in meinem Inneren. Siehst du, mein Kind, ich hebe euch empor und führe euch in die ewige Heimat, die mein göttlicher Sohn um den Preis seiner unermesslichen Leiden in euch erworben hat. In diesem Ton habe ich die allerseligste Jungfrau noch nie sprechen gehört. Ihre Stimme war voller Majestät, Macht und Entschlossenheit. Im Worten ist es nicht zu schildern, mit welch unaussprechlichem Staunen und Zittern ich dies alles vernommen habe. Nach einigen Minuten der Stille sprach sie in ganz anderem, in ihrem gewohnten mütterlichen Ton von Milde und Zärtlichkeit gerührt. Gelobter Jesus Christus Zittern Zittern Untertitelung des ZDF, 2020